Das Problem, was wir haben, ist, dass die Ängste, die wir haben, soziale Ängste sind. Das heißt, wir sind soziale Wesen als Menschen, verbringen unser ganzes Leben mit anderen auf die eine oder andere Weise, lernen eigentlich alles von dem anderen. Also wenn man es ganz hart nimmt, gibt es uns als Einzelwesen gar nicht. Wir sind immer nur im Plural überlebensfähig. Deshalb ist die größte Angst, die der Mensch hat, die Angst vor anderen Menschen. Und diese Angst ist ein Signal und sie sagt uns, es stimmt was nicht. Es stimmt was nicht an den Beziehungen, wenn wir vor anderen Menschen Angst haben. Und dann können wir uns langsam erfragen, was das sein könnte. Und das ist das Problem, wenn man zum Objekt gemacht wird, dann erlegt man sich nicht mehr zum Objekt. Und das tut sauläßig weh. Daran erinnern wir uns alle schon gar nicht mehr, weil es schon so lange her ist und wir ja auch Möglichkeiten gefunden haben, damit umzugehen. In dem Augenblick, wo ein Mensch erleben muss, dass er als Objekt behandelt wird, in seinem Gehirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen erleidet. Das ist jetzt eine starke Nummerarbeit. Das ist jetzt nicht mehr Esoterik. Das ist auch nicht christliche Vorstellungswelt und Seelenkunde. Sondern das ist jetzt einfach so, dass wir mit diesem Befunden der Hirnforschung ein objektives Bild davon haben, dass das, was wir immer schon gedacht haben und was jeder fühlen kann, nämlich dass das weh tut, wenn man gemobbt wird, wenn man nicht gemocht wird, wenn man nicht gesehen wird, wenn man abgelehnt wird, wenn man verlassen wird, dass das richtig Schmerz ist. Jetzt sagen wir Hirnforscher, ja, das ist Schmerz. Wir können es sehen, es tut genauso weh, als ob der eine mit dem Hammer auf den Fuß gehauen hat.